Ich bin ohne mein Haustier hier drin, ey. Ganz toll. Es scheint nur noch einer zu sein. Oh, nein. Oh, kommen wir hier hoch? Ich habe so keinen Bock gegen den zu betteln, wow. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nehmen wir mal mit. Ausgang gefunden. Ich stelle mir vorher eben ein paar Pfeile her. Und nehme uns wieder eine wunderschöne Keule in die Hand. Dafür brauchen wir auch wieder ein paar. Passt, perfekt. Hier fahren noch ein paar. Und auf geht's. Ah, was ist denn? Hier noch. Lebte der noch? Nicht schlecht. Können wir uns trotzdem hier beeilen. Alter, wie weit oben bin ich denn bitte? Okay, wieder den Bogen. Wir brauchen wieder den Bogen. ein paar women. Okay. Ich will das jetzt nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles klar, das kriegen wir hin So, einmal damit ich einen größeren Überblick habe Was irgendwie nicht hilft Na gut, dann versuchen wir einfach weiter zu kommen Okay, er wäre der Nächste Das wir hier gerade so frei rumlaufen können, ist schon ein Wunder Wow, alles klar Ja, war kein, der Hilfe ruft, oder? Scheint nicht so Machen wir auch nochmal schnell einen Fake Dawn Schnell weg Der Dicke läuft da hoch, okay Okay Okay, ich habe alle drei hier jetzt im Blick Wie man sieht Okay, ich habe alle drei hier jetzt im Kopf Okay, ich habe alle drei hier jetzt in der Mitte Okay, ich habe alle drei hier jetzt im Kopf Was der fuck? Wer ist das? Alles klar, schnell die Kakaole in die Hand. Hier war auch noch einer. Nee, ist doch keiner mehr. Hier kann ich entlang. Checkpoint. Uah. Eigentlich wollte ich Aufmerksamkeit vermeiden. Ja. 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 Ich sitze jetzt so ein bisschen in der Klemme. Ich will nur was gucken. Ich dachte, dass ich dann vielleicht irgendwo dahin komme, wo der andere hier runter gekommen ist. Da ist wieder einer. Anvisieren. Nächster weg. Okay. 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 Jetzt heißt es rennen. Halt die Schnauze. Da ist der Ausgang. Llelele. Llelele. Lass mich in Frieden. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh fuck. Nein. 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 Was? Was? Man sieht kaum was in der Höhle. Was? Ach komm. Es war so weit. So nah. Ich hätte den Höhlenwächter. Okay. 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 Wir haben wieder ein paar Pfeile. Da ist einer. Da ist einer. Einer ist da. Ist da. Ich sollte mich mal langsam bücken. Da sind zwei die ich noch nicht anvisieren kann. Die kann ich anvisieren. Ach das funktioniert sogar. Wollt ihr mich verarschen? Weible. Uch. Einer ist nah. Und wie damit sie sieht, kann ich nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, wir müssen hier weiterlaufen. Dann konnte ich irgendwo einen Enterhaken setzen. Da konnte ich noch einen Fakedown machen. Willst du mich verarschen? In der Situation Fakedown? Ich liebe dich. Heilige Kartoffelscheiße. Komm, 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 komm. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze, ich werde noch raus hier. Ich mag so viele starke Gegner nicht. War das eng. War das knapp, man. Leute, das war so knapp. Heilige Scheiße, bin ich jetzt wieder im Dorf? Ich gehe davon aus, wa? Ich habe ja eher komischen, seltenen Nordseater da mitgebracht. Na, komm mal. Kuparash. Daru Balya. Lai-Hol. Gelbblatt, was genau. Seltenes Gelbblatt aus dem Norden. Das wäre geil. Das wäre geil, wenn das vor den Dingern schützt. Machen wir für dich. Kein Ding. Easy. So. Da. Udam-Heimat. Sehr schwer. Auch sehr schwer. Schnauze. So, wir haben jetzt zwei Fähigkeitspunkte frei. Das war Tiermarkierungen. Tiere verwunden erhöhten Schaden, den deine Waffen bei Tieren anrichten. Erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. Das ist absolut Käse, dieser Jägerblick. Dafür wäre das zu geil. Kommt, machen wir. Da haben wir das hinter uns. Einmal das. Einmal das. Jetzt stellen wir statt einem Pfeil zwei Pfeile her. Ist auf jeden Fall sparend. Sehr, sehr sparend. Wir gucken noch mal ganz kurz, äh, Dorf. Da wollen wir mal ganz kurz gucken. Scylla haben wir fertig. Das haben wir fertig. Ihn haben wir auch fertig. Bei ihm brauchen wir Dachsfell. Höhlenbärenfell. Da brauchen wir noch zu viel. Und bei ihm seltenes Löwenfell. Puh. Ja gut. Aber dafür gibt es halt, äh, jetzt sind wir so zusätzliche Sachen. So wie Upgrades. Äh, das ist halt erstmal nicht so wichtig. Ich kann aber mal gucken, ob wir Dachsfell haben. Dachsfell in der Höhle mal eben nachgucken. Boah, das Dorf ist riesig geworden schon. Da verlaufe ich mich jedes Mal. Ich dachte mal gerade, was zum Fick war das jetzt? WTF ist ja auch eine komplette Einrichtung. Habe ich noch gar nicht gesehen. So, ähm, Dachsfell. Haben wir irgendwo Dachsfell oder so? Braunbärenfell. Seltenes Rotelch. Ja komm, das machen wir mal. Zwei Stück. Weißjagdfell brauchen wir auch nochmal eins. Tapirhaut brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Äh, den Fisch vielleicht mal. Affenfell. Alter, die mit ihrem Affenfell. Wolfsfell. Seltenes Weißwolfsfell. Höhlenlöwen. Seltenes Weißjagdfell. Höhlenbärenfell. Ziege. Dachs, 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 Dachs. Da, Dachsfell. Ja gut. Alles klar. Haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen was zusammen. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich rein in die nächste Mission. Können wir kurz gucken, was wir jetzt hier mitnehmen können an Missionen. Bereit? Nein, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Wirklich nicht. Aber los geht's. Hallöchen. Was geht ab? Komm mal bei dir. Schön ins Feuer stellen, genau. Haut von Säugel, Alter. Ansham, Gwarguardo, Havchukwari. Dann. Uha! Alles klar. Da. Blutfang-Säbelzahnjagd. Äh... Alles klar. Eine da. Eine ist da. Großer Narbenbär. Ja, willst du mich verarschen oder was? Und da oben schon wieder Blutzahn-Mammutjagd. Heilige verfickte Scheiße. Was? Willst du von mir? Ah, warte mal. Blutfang-Säbelzahn. Einmal zum Dorf. Nee, bei Werkzeuge war das. Ja, gut. Weiß ich Bescheid. Aber ich habe hier noch einen Auftrag. Seltene Hirschhaut habe ich ja gerade gesehen. Äh, brauchen wir auch. Hatte ich das gerade mitgenommen? Nein, wir hatten glaube ich was davon. Seltene Hirschhaut, Seltene Hirschhaut, Seltene Hirschhaut, Seltene Hirschhaut. Tapihaut, Bärenfell. Wenn, hatte ich das mitgenommen. Genau. Gut. Ja, was? Was? Was willst du? Hat die nicht gerade gerufen? Nein, soll ich? So, oh nein. Oh nein. Nicht schon wieder irgendeine Wichse. Nein. Oh, ich will nicht. Ich will nicht schon wieder. Na, mein Gott, wer... ... sind wir da nicht wirklich fertig mit... ... das geht ab. Ich bin ein Wetter. Ich bin ein Wetter. Ich habe mich noch nicht im Wetter. Ich bin ein Wetter. Ich bin ein Wetter. Machi, salwa urus d'agwa. Machi, battery, shantimas. Krati, dausmas. Prashkwa, yahu, pacham. Mach, Prashkwa, bi. Battery, krati kasha. Battery, krati dwaisa, krati dwaya. Gwifwa sakrati hudagwa. Nusa sushelal, chashman sushaya. Ta, cimasta guarbati. Ukratis prashkwa wae da. Tu sush tugis dar. Drauba mas. Läuft bei ihm. Puh. Ich dachte schon, es geht jetzt richtig los. So, dann schauen wir mal ganz kurz so, wo die Maske... Äh, hier ist auch noch einer und da ist die Maske schwer. Sehr schwer. Wow. Das war auch aus dem Posten sehr schwer. Das war auch aus dem Posten sehr schwer. Das war auch sehr schwer. Auch sehr schwer. Urki, der Denker. Da würde ich ja auch liebend gern hin. Da, 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 wie machen wir das jetzt am besten? Das ist auch schwer. Oder kommen wir scheiße hin? Unbekannter Ort vielleicht. Gibt es hier eine Höhle? Ne. Okay, wir machen jetzt hier... Wir starten hier. Nehmen das mal ganz kurz ein. Ziehen dann durch zu ihm hier. Können eventuell den großen Namen Bannon mitnehmen. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht hier unten mal eben die Aufgabe lösen. Das ist jetzt Plan. Das ist jetzt Plan. Das oben ist mir zu kalt. Und dazu will ich erst handwerkstechnisch dattivfrei kriegen. Weißwolf und seltenes Weißjackfell. Da schauen wir mal nach. Nordzone fehlt uns hier noch ein bisschen. Das haben wir schon fertig. Seltener Südstein brauchen wir noch. Seltenes Nordgelbblatt. Haben wir doch gehabt. Aber Splitter sind sowieso irgendwie sehr selten, dass wir die verwenden. Leopardenfell. Das wäre auf jeden Fall auch noch was. Was wir bräuchten. Und Beißfischhaut. Das machen die Sammler vielleicht für uns. Mammuthaut brauchen wir auch noch einmal. Einmal Dachsfell hierfür noch. Was haben wir denn hier noch so? Wir brauchen hierfür noch ein bisschen zu viel von allem. Eingeweihte Tasche. Jackfell. Alles klar. Das hole ich mir jetzt auf jeden Fall nicht. Das wäre jetzt ein bisschen. Nein. Nein, nicht das was wir brauchen. So, wir produzieren jetzt nichts. Wir gehen jetzt erstmal auf die Karte. So, schwuppdiwupp. Markieren uns das und gehen dahin. Puh. Alter, Alter. Was ein Scheißfeuer. So, erstmal nochmal heilen. Schmand, schmand, schmand. So, wir schauen mal eben. Äh, nicht da. Beute. Äh, da. Er müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Nein. Ohne Begleiter. Echt. Ach ne, wir sind eher in einem Dorf drin. Da muss ich hin. Da muss ich rüber. Ich gehe am besten außen rum. Ich habe keine Lust jetzt über den Berg zu klettern. Das dauert mir zu lange. Jo. Ganz deiner Meinung. Stachelgebiet hier, ey. Da kommt er ja. Alles klar. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo meine Bestie bleibt. Hilfe. Hilfe. Das nehmen wir mal mit. Nordschwarzstein. Wenn ich da mal gucke, wo der Norden... Also wirklich direkt nochmal Norden sind wir ja nicht. Wir sind ja eher im Mittelteil. Nein, geil. So, herstellen, 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 herstellen. Davon brauchen wir auf jeden Fall einige wieder. Das ist alles voll. Das ist gut. Ich möchte ja mal darauf achten, dass es voll bleibt. Wenn darfst du den auch gerne erledigen. Ich habe da nichts gegen. Ein Mammut. Dankeschön. Sehr liebenswürdig von dir. Das Mammut ist mir zu groß, Digga. Ich brauche zwar noch Mammut-Haut, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu groß. Das ging schnell. Das war gut. Das war easy. Ich höre da unten schon wieder Schrei. Ich habe keinen Bock, da wieder jemandem zu helfen. Sieger, Ziegen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ah, Greifhaken. Ich habe schon den Greifhaken gesucht, weil es führt ja kein Weg so hier rauf. Da müssen wir den Greifhaken verwenden. Easy. Sonst hätte ich jetzt mein Pad genommen und hätte mich da einfach mal hochgesprungen. Alter, lecke ich mich am Arsch. Seltenes Schwarzlöwenfell. Darf ich vorstellen. Leopard. Ne. Seltenes Schwarzlöwenfell haben wir schon. Alles klar. Ich habe immer Lust, jedes Tier zu zähmen. Ich weiß auch nicht. Komm her. Du Arschgeige. Ey. Lauf nicht weg. Hallo. Ey, hört mich das Viech? Ey, du Arsch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020